Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Python Tutorial. Heute geht es nochmal um einen Übersetzer, den wir in Python relativ einfach programmieren können. Und zwar mit der Hilfe von Google und das Ganze völlig kostenlos und mit nur ein paar wenigen Zeilen von Code. Wir haben sowas ähnliches schon mal gemacht, aber da gab es vor ein paar Tagen eine Frage bezüglich eines Problems, das auftaucht. Für all diejenigen, die das Video noch nicht kennen, wir bauen diesen Übersetzer jetzt nochmal schnell nach, weil das ist nicht sehr viel. Also wir müssen einfach nur Google Trans heißt das Ganze, also Google, Google Trans heißt das Modul oder die Bibliothek, die wir installieren müssen. Und dann müsst ihr einfach nur den Translator importieren. Also from Google Trans import Translator. So, das ist die Klasse, also deswegen auch groß geschrieben. Groß geschrieben bedeutet, das ist eine Klasse innerhalb dieses Moduls, Google Trans. Und dann müssen wir das Ganze instanziieren. Also ihr müsst einfach nur sagen, wie auch immer, zum Beispiel Übersetzer oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Übersetz, Übersetzer ist gleich. Und dann würden wir das Ganze instanziieren, also Translator. So, und dann gibt es da noch weitere Argumente. So, diese hier, dann seht ihr hier, da haben wir Service-URLs, kann man da angeben, User-Agent und weitere Argumente hier. Allerdings brauchen wir die nicht. Also das ist zusätzliche Information, ihr könnt auch nachlesen im Modul selber, also auf der Seite, was das alles bedeutet. Aber wie gesagt, das braucht ihr nicht dafür. Also wenn ihr wirklich nur einen einfachen Übersetzer programmieren wollt, reicht das vollkommen aus, die Klasse zu instanziieren und eben zu speichern in Übersetzer. So, gut, jetzt haben wir den Übersetzer und jetzt können wir quasi etwas übersetzen. Dazu ist es ja in der Regel so, dass wir nicht einen Standardtext nehmen wollen, den ich jetzt hier vorgebe, sondern das Ganze soll über eine Eingabe funktionieren. Das heißt, jemand ruft das Modul auf und dann kann der oder diejenige dann Text eingeben und dann wird dieser Text übersetzt. Das heißt, wir können das relativ einfach in Python machen mit der Input, also Funktion. Also wir können einfach sagen quasi, die Eingabe oder auch hier könnt ihr das nennen, wie ihr wollt, ist gleich und dann nehmen wir eben Input. Also das ist ein Schlüsselwort in Python, deswegen ist das jetzt hier grün auch aufgeführt bei mir und können dann einfach einen Text reinschreiben. Also der Text ist einfach nur die Frage, die dann auftaucht. Also zum Beispiel, was genau soll ich für dich übersetzen? So was zum Beispiel. Also einfach nur der Text, der dann eingeblendet werden soll, sobald eben unsere Datei dann ausgeführt wird. So, und wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, das speichere ich eben in der Eingabe und jetzt möchte ich das Ganze übersetzen. Dann kann ich jetzt sagen quasi, das Ergebnis ist einfach, also ist gleich und dann nehme ich jetzt eben den Translator, beziehungsweise den Übersetzer, den habe ich hier schon instanziert, Übersetzer, Übersetzer, so und dann Punkt Translate, Translate, also einfach so, einfach übersetzen und dann genau, was möchte ich übersetzen? Naja, die Eingabe, also was vorher als Text eingegeben wurde und dann kann ich hier noch angeben, in was möchte ich das übersetzen? Also beispielsweise, das ist auch die Destination, also Destination ist eben tatsächlich der Ankunftsort, wenn man so möchte, ist gleich und dann kann man eben zum Beispiel die EN für Englisch angeben. Das wäre es dann und natürlich möchten wir das noch ausgeben, also könnten wir einfach sagen Print und dann eben, naja, was ist das Ergebnis? Ergebnis, so und das war auch schon der ganze Code erstmal, um das Problem zu lösen, also um einen Übersetzer in Python zu schreiben. Das heißt, falls ihr das Ganze mitgeschrieben habt und mal ausführt, dann komm, ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, weil das ist dann euer erster Übersetzer, möglicherweise erster Übersetzer in Python. Also, wenn ich das Ganze jetzt ausführe, so, dann kommt eben genau der Text, das hatte ich ja gesagt, bei dieser Eingabemaske, also was soll ich wirklich übersetzen? Übersetzten, oh wow, okay, und dann könnt ihr hier was reinschreiben, ich glaube, ich persönlich müsste wohl ins Deutsch erst mal übersetzen lernen, aber geht. Okay, jetzt zum Beispiel, das ist ein Python Video, so, und dann kommt hier, translated, so, destination ist Deutsch, destination ist Englisch und dann eben Text, this is a Python Video, pronunciation und so weiter, könnt ihr alles ausgeben lassen. Der Grund, warum ich jetzt hier alles bekomme, ist ganz interessant hier, weil ich eben Punkt Text hier nicht angegeben habe. Also, wenn ich hier Punkt Text angebe und dann vielleicht wenigstens mal mein, wo ist es denn, was genau soll ich für dich übersetzen, das vielleicht noch korrigiere, hier, so, und das Ganze nochmal ausführe, weil wir jetzt nur den Text haben wollen, ihr seht ja hier die Argumente, also, das war, das war meine Ergabe und dann quasi könnten wir jetzt hier uns die Source ausgeben lassen vom Ergebnis, das wäre Deutsch, die destination, das wäre Englisch oder eben den Text selber, das wäre dann entsprechend dieser Teil hier, ja. Also, wenn ich das nochmal ausführe und nur den Text haben will, könnte ich das nochmal so machen zum Beispiel und dann sage ich hier, was soll ich für dich übersetzen, ich mag, Icecreme zum Beispiel, so, und dann filmen wir das aus und dann bekommen wir eben auch nur diesen Text zurück, I like Icecreme. So, jetzt zwei Punkte, zum einen, woher wissen wir denn, was es so alles an Übersetzungsmöglichkeiten gibt? Naja, es gibt jede Sprache, klar, aber von gewissen Sprachen wissen wir ja nicht sofort, was ist denn da das Abkürzeln, also, ich weiß es zumindest nicht und auch, was es generell so alles gibt. Und da das Ganze Google-basiert ist, gibt es natürlich alles, mehr oder weniger. So, und da habe ich mal nachgeschaut, und zwar im Internet, bei der Bibliothek selber, das findet ihr auch, wenn ihr einfach mal googelt, und da findet ihr eben diese ganzen Abkürzungen hier, also Afrikaans, Albanian und so weiter, also die ganzen Abkürzungen, auch chinesisch anscheinend ist möglich. Und jetzt mal ganz zurück zu der Frage, die es vor ein paar Tagen gab. Also, da war nämlich das Problem, dass derjenige eben hier versucht hat, ins Dänische zu übersetzen und einmal ins Kroatische. Ich musste erstmal nachschauen, was Croatian eigentlich ist, das ist HR, also es tut mir leid, das wusste ich jetzt nicht auswendig, aber hier steht es ja, und Dänisch ist DA, glaube ich, DA ja, hier, Dänisch. Das heißt, wenn wir das mal ausprobieren jetzt, also ich nehme jetzt hier mal Destination, zum Beispiel DA, für Dänisch, und sage dann, probiere das jetzt mal, das ist, weiß ich nicht, Dänisch, Dänisch. Und das kommt da raus, wenn wir das ausführen, dann Dead Air Dansk. Das habe ich jetzt höchstwahrscheinlich zu 100% falsch ausgesprochen, aber es funktioniert. Und wenn wir jetzt mal HR ausprobieren, also HR, und dann mal schauen, Kroatien ist ein schönes Land, sowas zum Beispiel, und dann führen wir das mal aus, und dann bekommen wir auch was, was ich aber jetzt gar nicht erst versuche auszusprechen, weil das werde ich auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Gut, das also, so funktioniert das Ganze, und ja, das ist ja der Punkt, es funktioniert. Was ist das Problem, beziehungsweise wo könnte ein Problem auftreten? Wenn ihr Google Trans installiert, also letztendlich runterladet, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr die richtige Version davon runterladet, weil es gab da einen kleinen Bruch, sage ich mal, innerhalb dieses Moduls, das wurde angepasst von dem Entwickler, und ich gehe mal weiter runter, ja, ganz viele Sprachen, die wir hier, und was ihr tun müsst, also, das ist die Lösung, also, ihr habt wahrscheinlich, oder es könnte sein, dass ihr eben diesen Fehler bekommt, Attribute Error, und dann None Type Object Has No Attribute Group, so etwas zum Beispiel. Und was die Lösung ist, das habe ich hier unten aufgeführt, ihr müsst die neue Version installieren, aber ihr müsst sicherstellen, dass ihr genau diese Version hier installiert. Weil, wenn ihr nur über, zum Beispiel PIP, oder je nachdem, was für einen Manager ihr verwendet zum Installieren, könnt ihr auch Conda oder andere Dinge verwenden, aber wenn ihr es installiert, Google Trans, dann war es bei mir so, dass ich die Version 3.0 oder so installiert habe, standardmäßig. Und bei der hat das auch nicht funktioniert, da habe ich auch diesen Fehler erhalten. Das heißt, nur wenn ich wirklich explizit über diese zwei Ist-Gleichzeichen, kann ich eben explizit bei der Installation sagen, ich möchte genau diese Version haben. Diese Version hier haben, diese 3.1.0, A.0, heißt die. Und wenn ihr die installiert, dann hatte ich zumindest keinen Fehler mehr, auf diese Art und Weise, und kann dann, ich habe jetzt nicht jede ausprobiert, zwar ein bisschen viel, aber könnte dann diese Sprachen entsprechend hier verwenden, und entsprechend würde der Übersetzer auch funktionieren. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage und hilft vielen weiter. Ja, war ein kurzes oder längeres Video zu Python, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, und falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann sagt mir das auch, würde mich freuen, weil das macht mir auch sehr viel Spaß, und wenn ich die Zeit finde, werde ich das natürlich dann auch umsetzen. Ansonsten bleibt gesund, und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.